Das Notebook Toshiba Satellite L505 wird mit Windows 7 Home Premium in 64-Bit ausgeliefert. Damit sind die insgesamt 4 GB Arbeitsspeicher voll nutzbar. Die Intel CPU Core i3-330M arbeitet mit 2 physischen Kernen bei einer Taktfrequenz von 2,13 GHz. Dem Betriebssystem stehen insgesamt 4 Kerne zur Verfügung. Zwei davon sind virtuell. Die Schnittstellen entsprechen mit Ausnahme des Netzwerkanschlusses der typischen Ausstattung. Dieser ist nur 100 Megabit schnell, also 10-fach langsamer als übliche 1-Gigabit-Anschlüsse. Die Namensgebung der Grafikkarte AT-Mobility Radeon HD 5165 suggeriert eine DirectX 11-Tauglichkeit. Tatsächlich ist sie jedoch nur zu DirectX 10.1 in der Lage. Das DVD-Laufwerk liest und schreibt DVDs und CDs. Die 500 GB große Festplatte ist in zwei Partitionen aufgeteilt. Der Bildschirm stellt 1366 zu 768 Pixel dar. Das ist weniger als die Full-HD-Auflösung, aber mehr als die 720p-Auflösung. Das glänzende LED-Display ist 39,6 cm groß. Das entspricht 15,6 Zoll. Garter